Ich krieg die Krise, es ist immer noch Corona, die Kids verpassen fast ein ganzes Schuljahr. Zu viel bei Amazon bestellt, nichts was mir davon gefällt. Wir checken jeden Morgen unsere Inzidenzzahl, ohne Impfpass geht's nicht nach Mallorca. Eier, es geht mir auf die Eier, Feier, 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 ich sehne mich nach dir.